So, jetzt müssen wir uns beeilen, glaube ich. Münzen! Okay, wir haben ein bisschen mehr Energie bekommen, wie man das sieht. Okay, nach oben können wir nicht schmeißen. Komm mal runter, Käfer. So, ich wollte jetzt aber mal noch hier rüber. Hier hinten war ja auch noch was. Gemüse. Gemüse. Da ist nun wieder so ein Herz. Was macht das Herz? Ich kann ja mal grad nachgucken, was das Herz macht. Auf jeden Fall, wir haben hier kein Zeitlimit. Könnte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm... Wo war das denn? Herz. Es erscheint, wenn du viele Gegner besiegt hast. Es füllt deine Lebensanzeige um eine Markierung auf. Na, das ist doch gut zu wissen. Jo, dann brauche ich einen Gegner. Nein! Ich wollte doch nur rennen! das Herz. Wie heißen die? Ich muss... Die haben einen süßen Namen! Das habe ich eben gerade gelesen. Ähm... Die Ninjis sind das. Ich finde, das ist ein süßer Name. Oh, da kann man drauf laufen. Will ich aber nicht. Jetzt können wir sehen, wie scheiße ich synchronisiert habe. Uah! Nein, nein, nein! Was mache ich denn hier? Ähm... Ich weiß auch nicht, ob hier das Spiel irgendwie schwerer ist, als äh... Ach, da kann man nicht hoch. Oh, gut zu wissen, ne? Wow! Okay, man kann von den Ranken abspringen. Ähm... Bedrohliche Musik. Das sind Briefumschläge. Oh. Guten Tag. Aber ich glaube, man muss sich da drauf stellen und die aufsammeln. Ja. Und zurückschmeißen. Okay, wir müssen in den Schnabel. Bonus-Chance. Push-A-Button. Oh, toll. Na ja. Ah! Wir können also nach jedem Level... Können wir... Das ist ja cool. Können wir den anderen Charakter wechseln. Aber ich bleib jetzt immer bei Mario. What? Das war 1, 2. Und da ist die tolle Musik wieder. Was ist das denn da für ein fliegender Teppich? Okay, ich muss mir den anscheinend klauen. Guck mal, Yaru. Ah, okay. I understand! Was sind das denn für Viecher? Also... Ich habe eigentlich gut gedacht, dass wir den für unendlich haben. Aber es wäre ja dann zu einfach gewesen. Danannannannannannannannannannannannannannannann... auch... Also.. Es irritiert mich so, ne! Das man nicht auf die drauf springen kann! Nein! Verdammt. Ich wollte grad sagen, ich mein... Ich wollte grad sagen... Also, das erste Mal, was ich sagen wollte, war... Oh, One-Up! Schön! Dass ich meinte, dass man hier in diese Dinger reinkommen kann. Und das andere, was ich sagen wollte, ich dachte, unten wäre Lava. So. Wofür wir jetzt auch immer diesen Schlüssel brauchen? Da brauchen wir den Schlüssel für. Ach... Nun wieder von vorne. Dann warte ich mit dem Schlüssel jetzt erst mal. Ja... Game over! Okay... Machen wir mal Continue, komm. Das ist schon eine Welt... Was? Von vorne? Natürlich! Ich dachte, man würde in der Welt starten. Oder habe ich jetzt nicht Continue gedrückt? Hier oben war das, ne? So. Rein da. Okay. Okay. Puh! 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 warum schmeißt du den denn soweit stand eigentlich töten in dem buch wie schnell drin ich weiß es gar nicht mehr das wäre schon sehr grenzwertig ich wäre dafür dass es man ab noch einem voll energie gäbe so wir können jetzt noch genau dass mir der töler drüben versuchen wir müssen auf jeden fall in der richtigen zeit bombe loslassen ja super hat doch wunderbar geklappt haben wir hier bombe wo kommen wir denn jetzt hin ok das ist eine abkürzung oder was ist ja nice was ja das war klar dass das passiert ok diesen diese abkürzung möchte ich nicht nehmen auch das habe ich ehrlich gehofft ok das ist besser nice weil wir jetzt den football haben macht das der vogel jetzt seinen mund auf ok 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 wie noch bo ach so weil ich keine keine münzen hatte na gut hoffentlich wird es besser und ich darf mich nicht treffen lassen na gut dann war das eben nur ein fail vom spiel anscheinend mann ich habe nach oben gedrückt ah da wird noch ey ich komme nicht mal in die zweite welt ne ja toll jetzt hat sich hier dieser scheiß mist kacke ah dankeschön das ist ein neuer ich glaube der wird schon gar nicht mehr wieder kommen ok 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 So, jetzt haben wir uns hier ein Pilschen. Ah, man hat echt sau wenig Zeit. Stirb, Ninji, oder wie du heisst. Ich hab deinen Namen schon wieder vergessen. Okay, das... Fällst du hier runter? Nee. Jetzt ist der doch runtergefallen. Kann ich mich hier auf die Kante stellen? Ja, schön. Woh! Das wollte ich gar nicht. So. Oh, der ist jetzt doch da. Puh! Okay. Ich will mich hier gar nicht stressen lassen, ey. Huch, Bömschen. Komm ich da durch schon? Ja. Stirb! So, was gibt's hier oben? Bombe. Bombe. Und ein Trank. Oh! Vier! Das ist echt cool mit dem... mit der Energie. Ja, lasst ihr mich mal hier in Ruhe. Und hier das mit dem Lichteinfall ist auch ganz cool irgendwie gemacht. So. Stirb. Stirb. Hier kann man doch bestimmt auch lang. Hier war doch irgendwas. Was. Fuck. 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 Rein da. Hier ist gar nichts. Doch hier drüben ist was. Kann ich aber nicht aufmachen. Bis zum nächsten Mal.